Herzlich Willkommen! Das wäre jetzt eine Variante, wo man eine Mittelkonsole hat und dann kann man auch verschiedene Größen aufnehmen. Und das steht dann auf so einem Winnie, der steht. Also wir nehmen eigentlich das Vinyl, das ist so ein Bannermaterial. Dann kannst du ja mal hingehen und essen. Man kann ja auch mal shoppen nehmen, aber meistens nur so ein Bannermaterial. Das ist so ein Bannermaterial. Das ist okay. Das ist okay. Danke viel. So. ... ... ... ... Das sieht man hier aus.